Hallo und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe gerade Post bekommen. Ich habe vor einer Woche etwas bestellt und ich freue mich voll. Das möchte ich mit euch öffnen und mit euch teilen. Könnte ich mich am besten hinsetzen, wo es halt nicht so ausschaut. So, daher. Und zwar habe ich online entdeckt, dass es Armbänder gibt, wo halt eben draufsteht, dass man Diabetes hat. Und die Armbänder sind nicht diese 0815 Armbänder, die ich persönlich eigentlich nicht so hübsch finde, sondern die schauen richtig, richtig hübsch aus. Und das Ganze habe ich bestellt bei Prickedie. Ich zeige es euch einmal in die Kamera. Und zwar macht sie auch Taschen für Diabetiker, also so Penntaschen und also Zuckermesketaschen. Und die schauen halt echt voll stylisch aus. Aber die Armbänder, die haben mir super, super gefallen. Und es hat jetzt ungefähr eine Woche gedauert, bis die Post da war. Und jetzt werden wir mein Paket öffnen. Das war's dann auch schon. Aber, ihr seht, ich stehe hier voll, wie ihr seht, an der Nähe, gerade auf diese Nude-Töne. Das ist rosa und braun-weiß und in Silber gehalten. Mit seinem Kettchen. Und da oben steht Diabetes. Ich finde es so schön. Ich werde es nochmal schnell rauf tun und dann filme ich euch das nochmal ab. So, so schaut mein Armband aus. Ich finde es mega schön. Das sind zu meinen Nägeln. Und das gibt es auch in, nein, nicht in Roségold, in Gold und ich glaube Türkis. Und das habe ich auch sehr hübsch gefunden. Aber ich wollte mal schauen, wie es wirklich in Real Life wirkt. Und ich finde es super. Jedenfalls freue ich mich über die Entscheidung, das bestellt zu haben. Schaut auf jeden Fall auf die Webseite. Ich werde sie unten verlinken. Und schreibt mir einen Kommentar dazu, wie ihr das Video gefunden habt, beziehungsweise diese Bestellung. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!